Huch, wen haben wir denn da? Nicht nur wegen ihrer schwarzen Maske hätten wir Adele fast nicht erkannt. Eigentlich kennt man die Sängerin mit ihrer sehr weiblichen Figur. Bei Auftritten präsentiert sie diese gekonnt in tollen Kleidern und legt einen Wow-Auftritt nach dem nächsten hin. Aber so sieht die Britin nicht mehr aus. In einer Samtbluse präsentiert sich die 32-Jährige als Moderatorin bei der populären US-Fernzähshow Saturday Night Live. Die burgunderfarbene Bluse liegt eng an ihrem Oberkörper an und verdeutlicht, wie gut Adele in shape ist. Mehr als 45 Kilogramm soll sie laut der Sun verloren haben. Doch Adele überrascht nicht nur mit ihrer neuen Figur. Mit viel Witz führt sie durch die Sendung und sagt selbst, Ich weiß, ich sah anders aus, als ihr mich das letzte Mal gesehen habt. Aber wegen der Covid-Maßnahmen und den Reiseeinschränkungen musste ich leichter reisen, also konnte ich nur die Hälfte von mir mitbringen und das ist die Hälfte, für die ich mich entschieden habe. Wir sind hin und weg von diesem Auftritt und sind uns sicher, es gibt nichts, was diese Frau nicht kann.